Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Craft the World. Ja Leute, weiter geht's an dieser Stelle, mal wieder in alter Manier. Ne, mal gucken, mal sehen, ob wir es diesmal jetzt ein bisschen besser hinbekommen hier. So, ich muss erstmal wieder einen kleinen Überblick bekommen, so wie jedes Mal, wenn ich hier neu anfange. Bzw. wenn ich hier eine Session starte. So, das werden wir irgendwie voll bekommen. Ich guck mal gerade eben, nee, da brauchen wir dafür. Hier, unter Spiegel, ich glaube unter Spiegel hier machen wir erstmal die Schlauze Idee, so wird das am schnellsten gehen. Und dann müssen wir erstmal wieder Eisen sammeln. Okay Leute, wir werden jetzt erstmal wirklich konzentriert versuchen, uns hier weiter vorzubuddeln und konzentriert Eisen und Kohle abzubauen. Ich denke, das ist die beste Idee und im Anschluss werden wir uns dann wieder um den Technologiebaum kümmern. Machen wir das erstmal so. Ich mach mal hier ein kleines Portal hin. Ich werde das jetzt hier aber dann auch schon mal mitnehmen. Das kann nicht so schlecht sein, das hier genauso. So, dass wir jetzt hier endlich mal ein bisschen vorankommen. Hier haben wir dann noch Kohle, das kann man dann auch gleich mitnehmen und hier müssen wir dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob hier unten dann irgendwas ist. Und dann drüben ist dann auch schon wieder Eisen. Machen wir schon mal so hier. Machen wir hier noch so ein Ding hin, bitte. Dass wir dann erstmal wieder ein bisschen Vorräte haben und dann wirklich konsequent und schön schnell dann weiter vorankommen. Komm, was den Technologiebaum angeht. Wir haben auch noch Kohle. Ich denke, so zwei Baustellen sind okay, auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus? Ich muss ein bisschen mit der Mana jetzt hier aufpassen, natürlich. Also, wir haben noch nicht mal die Hälfte von Stufe 10 bzw. Stufe 11. So, das bitte auch noch hier hinten. Das auch noch. Ich gucke mal, gerade sind alle gut ausgerüstet. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Schwerter sind jetzt auch schon fertig, Leute. Okay, dann können wir denen mal eben schon die Stahlschwerter hier geben. Die müssten mal irgendwas einbauen, oder vielleicht gibt es auch eine Taste dafür, dass man denen also mal direkt geben kann. Nicht immer erst hier mit der Maus oder so, dass man ein bisschen umständlich, gerade wenn man dann viele Zwerge hat. So, ich mache mal wieder ein bisschen schneller hier. Hier unten haben wir auch noch Kohle. Mal gleich noch mitnehmen. Das hier genauso. Ich darf es noch nicht verpeilen, das dann wieder ordentlich zuzumachen, natürlich. Das ist klar. Das hier auch. So, dann lassen wir die hier erstmal das hier alles abarbeiten. Hier ist auch noch Kohle. Hier genauso. Das können wir wieder einsammeln, alles. Die mache ich gleich mal dann noch ein neues Portal hin, oder? Ah ne, die haben jetzt erstmal hier zu tun, dann lassen wir die erstmal hier machen. Mache ich jetzt hier noch ein Portal. Ja, eins machen wir hier auf jeden Fall noch. Also, hier kann ich dann gleich wieder zumachen. Ich kann ja schon mal anfangen hier. Müssen wir halt mal schauen, weil die Map ist halt so unfassbar riesig. Irgendwann müssen wir ja dann auch anfangen, mal Ausschau zu halten nach den Spots, wo die Bossgegner sind. Und die verbergen sich ja nochmal weit aus, sehr viel weiter hinten in der Erde. Müssen wir mal schauen. Ich werde dann wahrscheinlich einfach mich hier dann noch weiter ordentlich nach unten buddeln. Eigentlich können wir dann irgendwann auch schon mal damit anfangen. Will ich das jetzt schon machen? Wir können sich schon mal einen Auftrag geben. Das ist ja nicht weit weg von zu Hause. Machen wir schon mal so hier. Und dann werde ich dann dort schon mal ordentlich Leitern platzieren. Das bedeutet, Leitern herstellen. Ich glaube, da kenne ich sogar mal ausnahmsweise das Rezept dafür. Ich hoffe es zumindest immer einfach so hier. Machen wir es nur noch ein paar Leitern hier. Holz haben wir ja noch ordentlich. Dann machen wir mal so 30 Stück erstmal. Das dürfte passen. So ein Fackeln hier bitte auch gleich mal verteilen. Am besten, ich mache hier gleich immer mal so ein paar Löcher. Wobei, nee, hier ist überall offen. Das passt dann erstmal. Oh, hier ist auch noch ganz viel Eisen. Nehmen wir auch gleich noch mit. Hier genauso. Ich helfe dir mal eben. Machen wir mal so. Hier genauso. So, hier kommen wir jetzt wieder zumachen. Ist natürlich jetzt erstmal nicht so spannend, aber wir müssen ja wirklich mal probieren hier, um ein bisschen effektive Ressourcen zu sammeln. So schlecht kann das ja nicht sein. Hier muss ich auch mal noch eine Fackel hinmachen. So. Genauso machen wir jetzt hier gleich mal wieder zu. So, das hätten wir. Ich glaube ich werde dann bald mal noch ein paar Gerüste auch gleich herstellen. Wollen wir mal hier dabei sind. So, hier sind sie auch schon fertig. Wunderbar. Dann macht mir überall bitte Leitern hin, weil wenn ich hier runterfällt, wäre das uncool. Und dann hier weiter. Krass, hier ist sogar irgendwie eine Brücke. Aber die ist nicht von mir. Also die habe ich nicht gebaut, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier haben wir dann auch nochmal Kohle. Also dann hauen wir hier mal noch irgendwo ein paar Fackeln rein. Am besten... Hier unten ist ja schon eine. War ich doch schon hier gewesen? Ich weiß es nicht. Am besten macht mal hier das weg. Dann haue ich hier noch eine Fackel dann rein. So, und alle die 170% sind, gehen wir mal bitte pennen. Machen wir auch gleich mal hier schnell. Wir haben noch 27 Minuten Zeit, bis die nächste Welle kommt. Ich gucke mal eben, ob wir bis dahin noch irgendeine Verbesserung bekommen. Große Rucksäcke hätte ich auf jeden Fall sehr gerne. Da müssen wir wirklich das erstmal voll machen. Ich glaube, das kriegen wir jetzt vielleicht sogar schon hin. Eisen. Was bringt denn der Spiegel? Eins kommt vor. Das ist jetzt auch nicht so super awesome. Können wir nicht irgendwas ein bisschen sinnvolleres machen? Venezianischer Stuck. Sand. Haben wir genügend Ton? Müssen wir eigentlich auch noch ordentlich haben. Wasser. Okay, dann machen wir das erstmal. Ah, seht ihr, da gibt man das ja schon ziemlich easy voll. Das können wir dann auch mal verteilen, wenn wir immer dabei sind. So. Dann machen wir mal noch Eiswand. Wäre auch eine Idee. Können wir welche herstellen? Nee, leider nicht. Ich glaube, da habe ich auch zu wenig Schnee, aber das können wir dann später immer noch machen. Ich mache mal noch ein Wannfell. Was soll's. Also. Wir haben ja schon Lederrüstung alles hergestellt, was geht. Nadeln. Wir müssen dann nochmal das Zeug, was wir haben, dann mal wieder auseinanderbauen, was man nicht mehr braucht. So gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir das noch voll bekommen. Und dann kann ich endlich große Rucksäcke herstellen. Steinwall. Ich glaube fast, das werde ich jetzt machen. Und dann gleich mal unser Haus ein bisschen noch befestigen. Und in der Werkstatt muss man weiß, dass das machen. Und wir haben sogar alles dafür. Das ist super. Stimmt, ein großer Tisch wollte ich dann gleich mal noch hinstellen. Machen wir da noch gleich. Das brauche ich ja. Eiserne Spitzhacke. Haben wir ja noch. Darum ist es auch manchmal gut, die Sache nicht gleich auseinanderzunehmen. Ja, ich mache gleich zwei. Besser. Mal so hier. Die Frage ist, wo baue ich die Dinger jetzt hin? Ich könnte die da eigentlich auch hier irgendwo in die Mien-Schacht bauen, oder? Oder ich mache hier eine Tür. Ich mache mal hier eine Tür dann rein und dann hier dann irgendwie. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Haben wir noch Türen? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Doch, eine haben wir sogar noch. Okay, cool. Haben wir sogar belegt. Alles klar. So, wie sieht es aus hier? Hier bitte noch eine Leiter hin. Dann sind wir schon mal ein bisschen weiter unten, immerhin. Ich glaube, ich mache dann gleich mal weiter. Hier machen wir das ja auch noch weg. Und hier hätte ich aber auch gerne mal noch irgendwie eine Fackel. Ich mag das nicht, wenn das ja dunkel ist. Die Frage ist, ob ich irgendwann hier vielleicht nochmal irgendwie zumachen will. Weil ich habe echt Angst, dass sie sich hier unten dann buddeln. Das ist ja auch cool. Hier können wir auch mal Gerüste wieder einsammeln. Oder hier können die sich auch übelst leicht nach unten buddeln. Das muss ich auch mal irgendwie wieder zumachen. Aber ich glaube, so weit rechts starten die gar nicht, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Ah, da kümmere ich mich gleich drum. Die sollen jetzt erstmal das hier alles fertig bauen. Die nächste Welle werden wir so wahrscheinlich sowieso noch überstehen. Okay. Dann macht mich hier bitte auch wieder Erde hin. Hier genauso. So. Die Kohle bitte auch noch mitnehmen. Hier genauso, die genauso. Ja, das ist gerade nicht so günstig hier. Machen wir mal hier noch Gerüst hin. So, wo waren wir gewesen? Wir wollten das Ding hier voll machen. Nee, halt hier. Genau, wir wollten das hier hinsetzen. Moment. Ich hoffe, das passt dann hier rein. Da bin ich mir unsicher. Aber wir werden es ja sehen. Und hier mache ich eine Tür hin. Das kann ich jetzt ja schon mal machen. So. So, dass das hier als geschlossener Bereich erstmal zählt. Weil sonst geht ja der Komfort wieder nach unten. Und Werkbank und so. Die sorgen ja nicht dafür, dass der Komfort nach oben geht. Ja, das passt. Das passt wunderbar. Das freut mich. Aber mit einer Fackel hätte ich aber auch gerne. Wobei, nee, muss nicht unbedingt sein. Ja, doch. Oder? Noch klar, warum nicht? Wir haben eine Fackel hin. Ah, nee. Wir lassen das jetzt mit der Fackel. So. Hätten wir. Okay. Und jetzt. Ich wollte wirklich jetzt Steinball herstellen. Was hat denn das an? Haltbarkeit 9. Da brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Okay, alles klar. Wasser, Wasser, Wasser. Also eigentlich wollte ich das ja hier in Ruhe lassen, damit wir hier weiter fischen können. Moment mal eben. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Schnee sammeln einfach. Ich denke, das ist die beste Idee. Wo haben wir denn mal richtig viel Schnee? Und das ist ja überall. Hier haben wir ziemlich viel. Können wir gleich noch ein bisschen Holz dann vielleicht einsammeln. Also. Muss nur gucken. Nichts, dass es schon wieder zu viele Baustellen dann wären. Wahrscheinlich sind es schon wieder zu viele, oder? Ja, die haben überall noch zu tun. Hören wir hier ein Portal hin. Lassen wir die das erstmal fertig machen. Im Anschluss machen wir das dann mit dem Wasser sammeln. Und der hat sich eingebaut. Großartig. Das gab ja ein bisschen viel auf einmal hier. Was bitte auch noch? Bäcker weiter Buch. Okay, das werden wir gleich mal verteilen. Bogenschütze, Holzfäller. Fischer, Bogenschütze, Jäger, Bogenschütze. Shadcamper, Schmied. Den können wir das ja mal geben. Aber ist eh egal. Aber ist eh egal. Den können wir ja trotzdem machen. So. Hätten wir. Kochbuch. Haben wir denn hier mal einen Koch? Haben wir hier mal noch einen Koch draus? Und das Kletterbuch würde ich auch gerne gleich noch verteilen. Ach scheiße, aus dem Kletterer hätte ich einen Bergmann machen können. Aber egal. Noch mal jetzt noch. Boah, nee, nee, nee. Hier, dem würde ich das eigentlich nicht geben. Haben wir noch einen Bergmann? Nee. Das Dumme ist nur, den kann ich ja dann nicht mehr spezialisieren auf eine Waffe. Und das finde ich irgendwie doof. Aber egal. Ich gebe jetzt einfach das Kletterbuch. Ist ein bisschen uncool, Jäger und Bergmann-Kletterer, aber egal. Nichts sind zwei Sachen passend zusammen. So, und Steine müssen wir dann auch wieder sammeln. Ich bin ja jetzt fast geneigt, einfach hier das Wasser leer zu machen. Ich weiß es nicht. Hm. Hier wollen sie noch nicht so richtig. Nee, Leute, ich werde jetzt hier einfach das leer angeln, hier. Oder, oder, oder? Nee. Nee, 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 nee. Wir machen das überall. Das Ding ist halt, wir haben halt sonst keinen See. Ich habe es auch noch keinen einzigen anderen entdeckt. Deswegen wollte ich den schon gerne behalten. Und dann müssen wir das ein bisschen länger ausharren, bis ich Schnee gesammelt habe. Vielleicht habe ich ja sogar noch ein bisschen Schnee da. Ich kann mir dann abgucken eben. Nee, nicht mehr wirklich viel. Dann warten wir noch ein bisschen. Dann kriegen wir das dann auch schnell zusammen. Ja, das ist kein Problem. Was haben wir da eigentlich noch? Hier, Folie. Ah, der Wanddekoration. Okay. Aber wir können ja das hier mal verteilen. Das ist aber auch einfach nur für den Hintergrund. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob das irgendeinen Sinn hat. Aber ich glaube nicht. Doch, Haltbarkeit, fünf. Okay. Und das Stein, wie viel hatte das? Neun. Oh, das ist doppelt so gut. Ich weiß, das Ding ist aber, wenn ich das jetzt auseinanderbaut, kriege ich ja kein Wasser mehr raus. Schätze ich zumindest mal. Ich gucke mal eben. Geht nicht. Alles klar, okay. Ja, weiß ich nicht, warum wir das mal verteilen, weil so toll ist das ja wirklich da nicht. Ich gucke mal eben, ähm, wie das aussieht. Dann setzen wir die Holzwand hier. Und die Tür müssen wir da auch noch einsetzen, sehe ich gerade. Moment, ich baue mal noch eine Tür. Oder ich warte einfach, nee, wisst ihr was? Also ich warte einfach, bis es Eisentüren gibt. Machen wir es einfach so. Machen wir es einfach so. Dum, 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 dum. Ja, das zieht sich jetzt hier ganz schön. Das sieht aber vor allem auch daran, dass die Map halt so unfassbar riesig ist. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich will jetzt aber nicht die ganzen Mana für Portale raushauen. Nein, wir haben jetzt so schon noch noch 43. Was ein bisschen wenig ist. Ja, komm, lass das jetzt mal. Das ist okay. Dann machen wir hier dann erstmal wieder zu. So, 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 so. Und da haben wir jetzt aber schon mal gut was gesammelt, was ja nicht so verkehrt ist. Hier auch bitte wieder zu machen. Wo willst du denn jetzt hin? Okay, da sammeln wir noch die ganze Erde ein. Na toll. Bedeutet, dass wir die eben es mal beschwören können. Jetzt kommt der wahrscheinlich nicht mehr mehr hoch, ne? So, wie ich da sehe. Okay, die kommen nicht mehr nach Hause. Na, super. Was machst du denn? So, der geht nach Hause, super. So, nehmen wir jetzt einfach das Portal hier. So, geben alle Pennen wieder, die unter 70% sind. Ich hoffe, er geht das jetzt hin hier. Wunderbar. So, wie sieht es denn aus jetzt hier? Äh, Schnee sammeln wir super. Wollen sie noch nicht so richtig. Die haben jetzt, glaube ich, keine Baustelle mehr. Das müsste jetzt eigentlich losgehen. Ich hoffe es zumindest. Ja, der nimmt jetzt das Portal. Wunderbar. Sehr, sehr gut. So, hier kriegen sie keine Leiter hin. Warum auch immer. Hier machen wir noch eine Fackel rein. Hier machen wir mal weiter Leitern runter. Geht nicht. Aber hier. Boah, Alter, wie weit geht das denn noch hier runter? Das ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. So. Na los, Leute. Also die anderen jetzt wirklich nichts mehr zu tun, oder? Haben die irgendwo noch eine Aufgabe? Was habt ihr vor? Na, die wollen sich die Leiter entsetzen. Okay, aber ich meine, wir haben zehn Zwerge. Wir müssen jetzt ja irgendwann mal was machen. Okay, wir machen jetzt noch die Leitern hier. Ja, komm, ich meine es hier nochmal ein Portal hin. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, dass das so lange dauert. Das ist ja nicht mal ein bisschen schneller geht. Hier bitte noch weg. Dass wir noch eine Fackel reinsetzen können. So, hier bitte noch weiter Leitern. Wir müssen mal gucken dann. Dann würde ich einfach sagen, dann irgendwie von hier angesetzt machen wir dann wieder nach links. Dann geben wir erstmal schon halbwegs guten Überblick, denke ich. Oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass wir hier unten waren. Ey, krass. Oh, hier ist wieder so ein Nest. Okay. Ja. Machen wir hier auch mal noch eine Fackel rein. Das wäre so ein komisches Scheißvieh. Aber wir haben immerhin schon Steiche, also da geht das ja alles ein bisschen besser hier. Ja, aber vor allem, das ist jetzt eine mittlere Welt, glaube ich, so eine Größe. Ich will gar nicht wissen, wie riesig da eine große Welt ist. Also, sehr viel größer wahrscheinlich. Aber dann dauert das ja alles noch viel länger. So, wo ist das jetzt? Oh, scheiße, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Den Tisch machen wir jetzt mal weg hier. Und jetzt, ich muss wahrscheinlich noch welche herstellen, glaube ich. Großer Tisch. Nägel. Wir haben da noch einen. Scheiße. Bretter. So. Und Holz. Das müssen wir dann auch bald wieder ein bisschen sammeln. Hätten wir. Also hier. Muss erst wieder hergestellt werden. Aber das mit der Tür hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Es geht trotzdem hier rüber. Nee, nicht entfernen. Ähm, wenn ich die schließe. Gucken. Nee, das funktioniert auch nicht. Keine Ahnung. Ich kann sie da leider nicht ändern. Ich dachte, wenn ich an die Tür mache, ist es geschlossen. So, jetzt müsst ihr aber so langsam mal hier loslegen können. Ich hoffe es zumindest. Und Steine müssen wir dann auch noch ein paar sammeln. Hier sind übelst viele Böcke, Alter. Die nehmen wir mal noch mit, oder? Jetzt wird es dunkel. Aber egal. Ich denke, wir können uns schon gut verteidigen. Manchmal mal langsam. Oh, der hat nicht mehr viel Leben. Aber gut. Trotzdem machen wir uns super Schaden. So genau essen, 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 essen. Ich mache mir langsam. Tisch. Machen wir hier hin. Darum arbeiten die wahrscheinlich auch gerade die ganze Zeit so langsam. So, wir haben ja noch ein bisschen was. Machen wir hier drinnen. Spiegerei haben wir auch noch. Also. Setzen wir den Tisch hier bitte eben hin. Könnte sein, dass sie deswegen auch wirklich langsam arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Also, die können natürlich verhungern, aber. Ansonsten weiß ich nicht, ob die dann irgendwie langsam auch arbeiten, oder so. Da passt wirklich viel drauf. Ja, wunderbar. Haut das erstmal alles in euch rein. Was ist mit euch? Die Schafe haben sie schon, so wie es aussieht. So, ich mache mir hier noch ein Portal hin. Jetzt haben wir noch eine 34. Ey, unglaublich. So, mit dem ganzen Schnee hier mitnehmen. Ah, ich denke, wir können auch gleich mitnehmen. Das ist genauso. Das geht ja schön schnell. Das geht ja wirklich schön schnell. Das hier auch. So. Das werden wir alles hier mal schön eindebnen. Dum, 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 dum. Ich habe Angst, dass er jetzt ja trotzdem noch stirbt, irgendwie. Ja, wenn der jetzt noch zur Hilfe eilt, dann passt das eigentlich. Na, komm. Okay, geht mal alle pennen hier, Leute. Ich fühle mich hier gerade nicht so safe. Also alle, die 170% sind bitte wieder. So. Hier muss man wieder ein Portal machen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich hätte einfach mal hier den Schnee bauen können. Aber hier ist halt nicht sehr viel Schnee. Hier ist noch ein bisschen was. Hier oben auch. Das kann man dann auch gleich mal mitnehmen. So ist es auch schon wieder hell. Wunderbar. Ich muss das wirklich dann erstmal ordentlich eindebnen alles hier. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Da würde das alles schneller gehen. So. Ah, das müsste doch eigentlich erstmal jetzt reichen. Ich hoffe es zumindest, um genug Wasser zu machen. Wurde müssen wir erstmal genug Eis zu machen. So. So. Wir haben sogar noch Eis, sehe ich gerade, aber egal. So. Hier auch noch. Also ich weiß es nicht. Wir können wahrscheinlich einfach Schnee reinhauen, damit es Eis ging. Das ist jetzt bislang immer sehr viel effektiver. So hier. Jetzt muss man ja irgendwo wieder einen See machen. Am besten. Ich baue da mal eben eine Grube. Das wäre wahrscheinlich das Schlauste. Aber hier oben wäre dumm. Ich muss das schon hier irgendwo machen. Hm. Dann machen wir einfach mal hier, oder? Und? Ja, oder hier dann. Ich glaube, ich mache es hier. Und das hier alles mal weg. So, dann Erde. Und hier hin. So, so. Ja, auch Erde hin. Dass wir wie so ein kleines Becken haben. Weiter reicht es eigentlich auch, wenn ich es so hier mache. Das hier da lassen. Und dann haben wir hier ein kleines Becken und können da das Wasser dann reinhauen, also das Eis reinhauen, schmelzen lassen und dann wieder aufsammeln. Dumm, 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 dumm. Das muss ich ja eigentlich mal schnell machen. Ich mache mal, mache ich Zauberstäbe. Hatte ich ihn ja nicht so gut, die Zauberstäbe. Ich mache mal noch ein paar Steilschwerbe. Da brauchen wir aber wieder Stahl. Ja, Stahl kommt bestimmt herstellen, nicht so, oder? Haben wir ja vorhin erstmal ein bisschen gesammelt und Stahl brauchen wir so oder so. Machen wir erstmal so hier. Und jetzt müssen wir erstmal wieder warten. Okay. So, haut mal hier bitte noch Erde hin. Leute. Dumm, 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 dumm. Das ist auch ganz viel Eis. Ja, das lohnt sich natürlich richtig. So, und das werde ich mal alles wieder abbrechen hier. Sonst rennen die dann immer wieder rüber. Ich will das jetzt hier erstmal beendet wissen. Hier müssen wir auch noch das ganze Zeug hier einsammeln. Das dauert ja auch nochmal ein bisschen. Dumm, 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 dumm. Hier ist auch noch Eis. Okay, das ist wahrscheinlich wirklich schlau, direkt das Eis abzubauen. Da habe ich jetzt gar nicht Ausschau gehalten. Ich wollte eigentlich nur viel Schnee machen. Das können wir mal so hier machen. Wir können es ja dann einfach hinlaufen. Und das hier bitte auch noch. Das bitte weg. Dann müssen wir jetzt erst mal genug Eis haben für ganz, ganz viel Wasser. Denke ich zumindest. Wenn wir das Zeug eingesammelt haben. Wollen wir noch einmal länger. Das müsste aber dann ausreichen eigentlich. So gut. Wasser, 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 Wasser. Oh, Eis. Die haben immer noch keine Erde hier hingesetzt. Leute, jetzt konzentriert euch immer ein bisschen. Ich hoffe, das wird jetzt hier langsam mal was. Okay, er macht es jetzt. Gut, dann können wir hier loslegen. Also, Eis. Dum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020